Ich bin der Carlo und ähm wir zucken wieder GTA Weißt du, wie geht's ja? GTA GTA Das ist nicht GTA Wow, Maximum Raketen kaufen Warum will ich Raketen kaufen? Zeig Ok Danny, du hast dein Motorrad genommen Ich hab meins gelesen Ja, das gleiche Wollen wir ab unserem Motorrad wechseln? Nee, du hast es von deinem und ich nicht meins Wenn nicht, dann wechseln wir, ok? Ja, aber erstmal ein bisschen Kassuren Komm Marie, du mich direkt wegrammst Ich hab dich doch nicht weggerammt Ja, ein bisschen hast du mich gefühlt Na ja, ein bisschen, aber nicht so extrem Nein Okay, du schaffst es Guck mal da Oh mein Gott Nein Bist du auf dem dritten oder auf dem zweiten? Bist du auf dem dritten oder auf dem zweiten? Ich bin auf dem dritten Okay Na, du nicht zu groß machen Nein, ich bin auf meinem Motorrad Ja, das ist auch schön Jo Leute, wir sind mir wieder wieder gleich weil wir einfach 10.000 wissen Ja, das ist schon mal Ich so für deine schöne Frau Nee, ich will wieder Und Danny, ich brauche euch Money für mein Auto Auf tun Für was? Für mein neues Auto Was hast du denn? Was hast du denn? Ach, Mama Leute, das ist richtig schade, Mann Pfff Take the order Take the order Take the order Irgendwie bin ich grad vor meinem Dings, Alter Und da hatte sie noch nicht mal Geld für gehabt Also Es kann ja nicht sein, dass sie jetzt wirklich auf dem Rampingplatz im Vorfeld Also flüssig ist Nein 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 Bist du jetzt runtergefallen? Guck mal in Asien Hast du jetzt nicht zu viel draufgehen? Nee, ich hab's denn hier oben Wo? Da So schnell ist das Geld weg Äh, apropos Geld Was kostet bei euch so ein äh Keine Ahnung Für die Woche Ah Das ist noch egal Ja, genau Für die Woche Nein, ich bin runtergefallen Ja Soll ich euch mal zeigen, wo das ist Wir auch Ja Ganz ehrlich Macht schon ein bisschen Spaß So detektiv zu spielen Das ist von mir aufregend Es entscheidet aber Wir haben noch schwer Ich habe Marcel so sehr gewünscht Dass er eine tolle Frau findet Ja Uppe Ey, jetzt Oh mein Gott, Kall Ich will auch mit dich Du Ey, Mama Also bestellt sie einfach auf meine Arm Hast du dein Mann Der Klinger hier Ich auch dein Name Ich hab dich nicht Ich hab dich nicht Hast du das nicht bestellt? Hast du das nicht bestellt? Hast du das nicht bestellt? Ich hab das auch nicht bestellt Ich hab das auch nicht bestellt Ich hab das auch nicht bestellt Ich hab dich richtig hergeschossen Was habt ihr gewinnt? Was habt ihr gewinnt? Mit richtigem Anschluss Ich hab das Du bist es Ja, plötzlich gehen mit Marcel die Pferde durch Ich muss ihn ja zurückhalten Sonst wäre unsere Farbe aufgeflogen Nein, als ob ich da jetzt einfach wegfangen Ich hab das eh Ich hab das eh Oh, Kalla Das ist der andere von meiner Mutter, die hat da nie mit dem, hier ist der zufällig hier hingekommen. Aber deine Mutter, die ist doch, wir haben uns doch gar nicht da. Ah, sing. Sag keinem, dass ich einen Schlumpf getötet habe. Lass machen. Let's go. Junge, immer auf die andere Seite. Nein, 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 warte. Jetzt bei Ihrem Liner, minus 20 Prozent auf Heimtextilien, Flucht und Täppiche. Der Liner ist meiner. Go. Gleich jetzt runterfahren. Und es reicht jetzt gar nicht. Wow, ist echt gut. Wir haben dann gar nichts zu machen. Ich will dir sagen, dass wir das am Montag haben, und zu schmarrn. Äh, ich bin jo. Ich kann betonieren. Das ist meine, oder? Das ist meine Feinzei? knapp ich bin gerade runtergefallen ich habe das Leben oh sympathisch Karl aber warte Bicke, man kann gestreiten. Nur mit Schutti, ich sage, es ist alles. Haben Sie die bisher Grundschapfen? Ich will die Raten, oder wer es geschafft hat? Die bisher Grundschapfen hat alles. Ahhhh! Kannst du nicht, musst du nicht streiten. Von 10 bis 13 Uhr gehen. Was? Ja, ja, team! Hast du? Komm mal nach unten und gib dir mal einen Motorrad. Ist egal, warte. Wie ist denn hier mein Motorrad? Mache! Der Motorrad steht hier. Ja, ich sage, ich störe. Was? Warum hast du hier? Ich glaube, es gibt was Neues. Die Rote Röden denn? Der Klassivirich, so dachte ich, Donesse. Wie dort? Ja. Der Motorrad ist nicht dort. Der Motorrad ist Endsporn. Ja, ich habe ihn da hingestellt. Ja, ich habe ihn da. Ich habe ihn da. Und der Motorrad ist nicht so großartig. Ich habe ihn da. Der Motorrad ist nicht so großartig. Ich hoffe, du hast ein Zigarro. Bei uns hast du mein Leben. Ey, fuck you. Hallo? Ich muss nur belegen, dann lassen wir fest. Und weg und weg und weg und weg und weg. Ich bleibe nicht mal offensichtlich. Ja, sie vergebildet. Denny, denny, willst du noch kipps? Na, ich mach jetzt verdammt mal. Junge, ich verdammte fucking Ambanner, Junge. Ich hab's nicht. Ich mach's nicht. Ich hab's auch nicht. Ich hab's auch nicht. Der Motorradfone. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Das sind die Schlafenscheibe. Da bin ich so. Hallo? Ja. Dritten? Ja. Ich bin nicht schlecht, dass du Lars noch aufmähnst. Du brauchst du keine Fotos machen und keine Videos. Ich steh nicht drauf. Wenn du das machst, mach ich es. Ich brauche es nicht. Du bist gut, oder? Schon gar nicht, wenn ich fresse. Ah, heiß! Ich sage das jedes Mal. Das ist jetzt schon gut für mich! Was passiert, Benni? Ich habe ein Emoterrat zerstört. Ich bin tot! Leck mich doch! Aber manchmal auch eine Prinzessin. Guck! Ich bin tot! Benni, ich glaube an dich, du kannst auch. Was? Ich glaube an dich, du kannst auch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe gebockt, mein Junge. Ich verlasse gleich. Ich habe ein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hey Amann, da konnte ich auch kein Bock mehr. Hey Amann! Was? Wow. Was lachst du? Nein, ich lache aber nicht kaputt. Und im Heimundiwald, da müssen die da bleiben und wende. Wenn ich würde an deiner Stelle den Foto was da wecken. Das ist der Test, die kann man nicht die Wände nehmen. Wir sind jetzt zusammen. Der hat den Typen gefragt und der Typen hat komplett falsch ausgerechnet. Zu viel Gita hat er gegeben, zu viel Estring hat er gegeben, falsche Syrophore hat er gegeben. Diese Kaltiment, die wir gekauft haben, falsch hat er gegeben. Ich will gucken, wo du bist. Was machst du? Hä, wo zum Fack bist du? Ich seh den nicht. Ich fahr weiter. Ja, fahr. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr weiter. Ich hab' meine Erwartung und hab' 200 Euro abgehoben und mein Portemonnaie ist leer. Ich weiß nicht, wo das hin ist, das Geld. Ja, ich hab mir das Geld vorausgenommen, weil der Küchrank war leer. Ich hab' ich noch was einkaufen gegangen und hab' dann noch für ihn eine Pesekchen geholt. Nein, nicht der Ernst. Nein, ficken! Junge, ich war bezweifelt und bin einfach rumgefahren. Dieser Stress, amana. Hey Leute, sorry, dass der nicht stimmt, aber das schafft es nicht. Ich glaub das jetzt noch, wer hat ja geschenkt, der hat braucht. Halt Maul!